Hallo und willkommen zu einer neuen Let's Play Runde. Wir schauen uns dieses Mal das klassische Bard's Tale an, also die alten drei Teile, jetzt in der Remastered Version von InXile und den Chrome Studios. Die drei Teile wurden nacheinander veröffentlicht und der dritte Teil ist im Februar, dem 26. Februar 2019 erschienen. Jetzt ist das Ganze also komplett. Wir schauen uns jetzt erstmal kurz die Optionen an. Wir haben hier einige Grafikoptionen. Da werde ich nichts ändern. Dann haben wir die Audio-Optionen. Da werde ich genauso wenig ändern. Und die Gameplay-Optionen. Und da haben wir Mouse-Friendly Combat. Not available will be transparent. Ja, damit das nicht hin und her rutscht. Do not move on screen between the characters and easier to click on. Ja, das klingt sinnvoll. Das Ganze gibt es auch nur auf Englisch. Aber ich schätze mal, dass der Text sich hier sowieso sehr in Grenzen halten wird. Das ist halt ein... Ja, also die drei Teile, die stammen noch aus den Mitte-80ern, glaube ich. Moment. Bart's Tale 1. Gucken wir mal gerade. Release. Wann war der Release ursprünglich? Ja, mit Mitte der 80er lag ich ganz richtig. Der erste Teil ist von 1985. Also, ähm... Ja, das ist schon sehr stark auf den Kampf fokussiert. Auf Kampfmechanik. Es gibt so auch eine Story, aber die hört sich auch schon nicht besonders wahnsinnig an. Ähm... Böser Magier hat die Stadt eingefroren oder sowas. Also, äh... Ja. Dann, ähm... Legen wir auch los. Und dann können wir uns zum einen aussuchen, welches Spiel wir anfangen. Wie gesagt, das sind jetzt alle drei Spiele. Wir nehmen das erste. In der Remastered-Version ist jetzt aber nicht nur die Grafik neu. Ähm... Sondern, ähm... Es wurden auch einige Spielmechaniken geändert. Ähm... Darunter beispielsweise wurde die XP angepasst. Ich glaube, bei... Ja, bei einigen Gegnern wurde der Respawn ausgemacht. Ähm... Dann wurde beispielsweise der Schurke, der anscheinend... Der Rogue, der anscheinend in den ersten... Im ersten Spiel... Okay, der geht immer nach links, außer wenn ich das nach rechts schiebe. Ähm... Der Rogue, der hat anscheinend erst in einem dritten Teil irgendwelche Skills bekommen, die den sinnvoll im Kampf gemacht haben. Und, äh... Der war im ersten ziemlich, ähm... Unsinnig. Und, ähm... Dann haben sie das so geändert, dass der auch schon diese Fähigkeiten im ersten Teil hat und so weiter. Man kann jetzt hier auch in den Legacy-Mode gehen. Und da kann man dann sagen, ja, ich möchte aber alles so haben, wie es damals war. Ja, also man kann jetzt Individual Inventory, dass jeder Charakter sein eigenes Inventar hat. MISC Game Differences. Da sind halt unterschiedliche, äh... Kleinigkeiten, die da aktiviert oder deaktiviert werden. Game-Specific Songs. Das wäre vielleicht noch ganz interessant. Ähm... Damit haben wir halt, ähm... Ja, unterschiedliche Songs, die nur für das eine Spiel gedacht waren. Das würde noch irgendwo Sinn machen, dass man das so macht. Dann haben wir Use Unequipped Items. Das ist ja auch so eine Sache. Es gab ja unterschiedliche Versionen von The Bard's Tale. Und die haben unterschiedliche, äh... Features oder Bugs gehabt, je nachdem, wie man es nimmt. Ähm... Und dann konnte man beispielsweise... Ja, genau, hier steht es. In some platform such as the Commodore 64. Da konnte man Gegenstände auch benutzen, wenn man sie nicht angelegt hatte. Damit kann man sie dann auch... Kann man das entsprechend anschalten. Dann kann man hier natürlich die Automap disablen, dass man da selber alles malen muss. Dann haben wir Full XP Requirements. Damit werden die XP entsprechend erhöht. Und, ähm... Dann haben wir, dass man nur in der Gilde speichern kann. Das ist natürlich auch so eine Sache, die macht das Ganze schon irgendwo spannender. Wenn man halt nicht frei in der Welt überall speichern kann. Sondern nur in der Gilde. Und dann auch, äh... Abpassen muss, dass man entsprechend bis zur Gilde auch wieder zurückkommt. Um speichern zu können, bevor es dann, äh... Bevor man hops geht. Und wir haben nur Items in Empty Houses, was irgendwie den Loot, ähm... Besser macht. Ähm... This makes gaining your first character levels just a little harder. Ich spiele aber mit der vollen Remastered-Version so, wie sich die Entwickler das heute vorstellen, dass es gut funktioniert. Und dann legen wir damit jetzt auch los. The song I sing will tell the tale of a cold and wintry day. When evil fled and brave man bled, the dark one came to stay. Of castle walls and torchlit halls, and the price man had to pay. Till man of old, for blood and gold, had rescued Scoura Bray. Spektakulär. Und jetzt haben wir nochmal einen Breakdown von der Geschichte. Volume 1, Tales of the Unknownen. The Legend of Scoura Bray. Long ago in the land of Kaith, when magic still prevailed, the evil wizard Mungar, the dark, threatened a small but harmonious town called Scoura Bray. Overnight, all the town's militiamen disappeared and Mungar froze the surrounding countryside with the spell of Eternal Winter, totally isolating it from any possible help. As evil creatures oozed into the sewers to join Mungar's shadow crusade, the future of Scoura Bray hung in the balance. And who was left to resist? Only a handful of unproven young warriors, some young magic users, a couple of Bards, barely old enough to drink and a few out of work rogues. You are the leader of this ragtag group of freedom fighters. Luckily have a heart with you to sing your glories if you survive, for this is the stuff of legends and thus the story begins. Also, irgendein Mager hingekommen, hat alle umgebracht, die ganzen Wachen sind irgendwie verschwunden, also nicht alle umgebracht, die Stadt lebt noch, die ganzen Wachen sind verschwunden und die Stadt irgendwie eingefroren. Und wir sind jetzt die, äh, irgendwelche Bürger der Stadt, die sich dann darauf aufmachen, die Stadt zu retten. As you enter the guild, you catch the eye of the guild master. Well met, brave adventurer. You, but you come in the most of dire times. The evil wizard Mungar has cursed our town with this blizzard and the streets are overrun with all matter of evil miscreants. You must help us defeat Mungar. In this guilds you will find many skilled warriors and mages that would join you in this quest. When your party is ready, set out into town, be sure to visit Garth's shop to the north and equip yourself for battle. He has the finest weapons and armor in Scarabray and indeed is the only shop brave enough to open these days. The city has an abundance of temples that are open night and day to heal your wounds and I believe Orozco is still doing good business restoring magic points for your mages. And when your bard gets thirsty, be sure to visit one of the many inns and taverns. The Scarlet Bard to the south has the best selection in town. Now I will bid you good day and good luck in your quest. The guildmaster smiles and returns to what he was doing. Though art in the guild of adventurers. So, und hier fängt jetzt quasi auch schon das erste Problem an mit der Charaktererstellung. Ähm, also wir haben, wir haben hier Party A-Team. Ähm, damit kann man vorgefertigte Charaktere in die Gruppe nehmen. Die haben auch schon gute Ausrüstung, was ein bisschen seltsam ist, aber es war halt damals so und deshalb muss das jetzt natürlich auch so sein. Damit können wir, ups, okay. Ach, hiermit können wir das auch schon speichern. Ähm, okay. Da muss ich mal was ausprobieren. Test. Ja. Oh. Und zwar können wir jetzt hier einen Party-Create, äh, Party-Member erschaffen. Ich mach mal das gerade. Create New Member. Mail. So, achso, das ist übrigens auch ein Feature, was neu ist. Anscheinend gab es in dem alten Spiel nur Mail. Ähm, so. Dann können wir eine von sieben Rassen aussuchen. Wir haben insgesamt sieben Slots frei, wobei man diese Slots auch für beschworene Kreaturen verwenden kann. Also muss man überlegen, ob man den siebten Slot mit einem Charakter füllt oder mit einer beschworenen Kreatur. Im Originalspiel konnte man anscheinend nur sechs Charaktere nehmen und der siebte war exklusive für beschworene Kreaturen frei. Ich hab mir jetzt vorgenommen, für jeden Slot einen Charakter mit einer unterschiedlichen Rasse und mit einer unterschiedlichen Klasse zu erstellen. Ich wähl jetzt hier einfach mal was zum Demonstrieren aus. Ich mehr, äh, den Human jetzt. Und, Moment, ich kann mir auch gerade mal gucken. Den Human hatte ich mir rausgesucht, wollte ich einen Hunter draus bauen. Nehmen wir einfach mal den Hunter. So, und jetzt müssen wir würfeln und würfeln und würfeln und würfeln. So. Ich weiß jetzt nicht, was das... Da hatten wir Hitpoints 29 Maximum. Also, ja, das ist halt, ja, kein System, wo man, ähm, Punkte umverteilen kann oder sowas. Die unterschiedlichen Rassen, die haben alle ein unterschiedliches Maximum, was aber nicht angezeigt wird hier. Moment. Ähm, hier steht beispielsweise, elf tall and nimbler than a human and very inclined to magic. Ja, super. Ähm. Ähm, aber nicht wirklich, äh, super hilfreich. Ähm, beim Human, der hat eine Maximalstärke von 17 und ich glaube, die Stärke wird auch im, ähm, Bogenkampf verwendet. Bin mir da mal nicht 100% sicher. Der Human hat auf jeden Fall eine Maxstärke von 17. Und wir haben gesehen, Max Hitpoints, das stand nicht auf der Seite, hat der 29, wie es aussieht. Und da werde ich dann gleich mal einen Schnitt machen und mir die Charaktere zusammenbasteln. Was ich aber jetzt ausprobieren wollte, ist, wir nehmen den jetzt einfach mal. sagen hier, ja, wir haben pro Rasse ein Bild oder wir nehmen halt was ganz anderes. Aber ich glaube, ich nehme einfach das Bild, was dafür gedacht ist. Male Hunter, Female Hunter. Wir haben aber Mail ausgesucht. Ich bin Hans. So. Wenn ich jetzt hier... Oh, shit. You have stepped out into the town of Scarab Ray for the first time. Would you like a quick tutorial on the game controls before you proceed? Yes. The WSD. Use WSD to move around the town or the cursor keys. You can also left click on the game view to move around. Hold down, right? Hold down. Right mouse on the game view. And you can look around to take the... Oh, okay. Das sieht ja schon gar nicht so schlecht aus. Look around to take in the view. There is a pause button on the top left of the game view that gives access to graphics, audio and game settings as well as saving and loading the game. There is an actions button on the top right of the game view that will drop down a ribbon of actions to choose from. These actions are not usable during game events. You can change the speed that combat messages scroll by pressing the greater than, less than keys or by adjusting the slider in the game settings menu. Okay, da haben wir jetzt gerade noch nichts. Pressing 1 to 7 lets you view the stats of one of your party members. If you left click and drag with your mouse on one of the party member names below, you can change their position in the party. Only the first four character slots can be hit by enemy melee classes. Ja, da muss man nämlich auch aufgucken, wie man die aufstellt. Wenn man den beispielsweise, ähm, ja, vier Magier reinsetzt, dann hätte man die Position vier ja mit einem Magier belegt und dann würde der entsprechend auch, äh, von, im Nahkampf aufs Maul bekommen. You should try to keep a character slot free so that you can summon creatures or allow roving monsters to join your party. Ja, das machen wir nicht. Below the game view totals of your parties gold and inventory items are shown. Any item that is not equipped by a character will go into the communal inventory and is accessible through any player's inventory screen. That is all. Now go and stop, Munger. You're a main street. So, da werde ich mal gerade schauen. Man kann ja, Settings, da konnte man irgendwas noch umstellen. Large 3D. This will use an alternative layout where the 3D view is much larger but the player info a message scroll is smaller and use smaller text. Note, this is not currently supported on 16 to 10 of squareer screens. Only works on 16 to 9. Das haben wir ja. Und das sieht schon, das sieht schon sehr schön aus, will ich behaupten. So, was das hier bedeutet, weiß ich nicht. Ähm, ja. Jedenfalls sind wir jetzt hier wieder drin. Und hier kann man jetzt anscheinend auch dann speichern. Und dann hätten wir den Charakter, der ist ja jetzt in der Gruppe drin, Hans. Den wollen wir aber nicht. Okay. Also kann man damit auch theoretisch dann so speichern. Und hiermit kann man sich so bewegen. Wir haben... Okay, wir haben keinen Strafen. Strafen gibt's in dem Spiel anscheinend auch gar nicht. Okay. Na, gut. Dann würde ich sagen... Äh... Ich will keinen Hans erstellt haben. Dann mache ich jetzt hier auch gerade einen Schnitt. Starte das gerade mal neu und baue mir mal eine Gruppe zusammen. Weil das möchte ich euch jetzt hier nicht live antun, wie ich tausendmal würfel. Also, bis gleich. Und da sind wir wieder nach nur... Und das kann man ja unten sehen. Statistiken. Ja, einer guten Stunde. Eine Stunde und... Ich glaube, 10 Minuten oder so. Äh... 20 Minuten. Ähm... Ach ja, genau. Ich hatte das ja neu gestartet. Von daher ist das jetzt alles die Charaktererstellungszeit gewesen. Eine Stunde und 19 Minuten. Gut. Damit ist die Gruppe aber jetzt auch fertig. Ich habe entsprechend, ähm, von jeder Klasse jetzt einen Charakter erstellt. Außer Monk. Ich habe von jeder Rasse einen dabei. Und ich habe, ähm... Und das kann man jetzt sehen, wenn wir, glaube ich, in die Stadt gehen. Enter the City. Ja, das haben wir aber alles eigentlich schon. Kann ich da jetzt draufklicken? Genau. Gehen wir mal durch unsere Charaktere durch jetzt. Das ist der, ähm, Halb-Org. Das Problem ist, es gibt keine wirklichen Bilder, die nach Halb-Org aussehen. Es gibt einen... Oder es gibt auch kein Bild, wo Halb-Org draufsteht. Es gibt ein Bild mit Org. Der sieht aber sehr grün und hässlich aus. Es gibt einen Brut. Der sieht ein bisschen danach aus, aber auch eher so Ogre-mäßig. Und daher habe ich jetzt den gesehen. Da sieht man nicht viel von. Man kann sich vorstellen, dass das ein Halb-Org ist. Ähm... Naja. Ähm... Da habe ich, ähm... Ja, die Stärke auf 18. Intelligenz ist da egal. Dexterity habe ich keinen, äh, keinen Fokus drauf gelegt. Wäre 15 das Maximum gewesen. Wichtig war mir, Konstitution auf 18 zu bringen und Hit-Points auf 29. Weil das, ähm... Da ab 16 war es, glaube ich. Oder jeder Punkt über 16. Ähm... Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Mal gerade gucken. Alles über 5... Über 14 gibt einen zusätzlichen Hit-Point. Also, ähm... Ja, wie viele Hit-Points man pro Stufe bekommt, ist abhängig von der Klasse. Also Warriors, Paladins, Hunters und Bards bekommen 1 bis 16 Hit-Points. Also, das wird auch ein sehr tolles Safe-Scumming bei jedem Stufenaufstieg werden. Dann, äh... Monks, Sorcerers, Rogues und Wizards bekommen 1 bis 8. Und, äh... Conjurors und Magicians bekommen 1 bis 4. Und da zusätzlich für die, ähm... Konstitution ab 14... 15, 16, 17, 18... Ja, also alles über 14 würde einen Punkt geben, sodass man mit 18 Konstitutionen also 4 Hit-Points dazubekommen pro Stufe. Also würde der Krieger 5 bis 20 Hit-Points pro Stufenaufstieg bekommen. Und, ähm... Ja, ich glaube, 18 ist auch das Maximum, was man überhaupt bekommen kann. Pro Stufe wird man außerdem einen Attributspunkt steigern. Das wird, glaube ich, auch noch ziemlich schmerzhaft werden. Also, zum einen muss ich dann bei jedem Stufenaufstieg maximale Hit-Points rausholen und zum anderen das dann auch noch im richtigen Attribut haben. Wobei ich glaube, dass das bei dem hier dann schlussendlich gegessen ist, weil der weder in Stärke noch in Konstitution dann weiter steigen können wird. Also, das ist wahrscheinlich so mit der einfachste Charakter. Da wird man einfach steigern und gucken, dass der entweder Luck und Dexterity steigert und seine Hit-Points maximiert. Aber das würde auf jeden Fall schon sehr schmerzhaft werden. Inventar ist jetzt bei allen leer, nehme ich an. Oder wir haben einen Gruppen-Inventar. Ne, haben wir auch nicht. Also, sind alle nuggig. Wir könnten jetzt natürlich von den Startleuten die Ausrüstung klauen und denen hier zuordnen. Das will ich aber auch nicht. Also, werden wir einfach mal am Anfang ein bisschen rumklopfen bzw. Sachen kaufen. Ähm... Ich will nämlich eigentlich jetzt nicht da schon halb exploiten, indem ich den anderen die Ausrüstung klaue. So, beim Zwerg habe ich es ganz ähnlich gemacht. Ähm... Da ist entsprechend auch Strength gemaxed und Constitution gemaxed. Bei dem ist 17 das Maximum und Hit-Points auf voll. Dann haben wir, äh, den Hobbit Rogue. Da haben wir, ähm... Stärke habe ich nichts gemaxed, weil da gab es noch ein anderes, eine andere Sache. Der braucht nämlich auch noch, äh, Luck. Viel, das kannte ich hier aber auch nicht. Äh, wieso habe ich den genommen? Ähm... Der hatte Constitution 12, Dexterity hoch und Luck 10. Achso, ja, genau. Da wollte ich gucken, dass der alle Werte verhältnismäßig hoch hat. Die sich dann steigern lassen. Ähm... Constitution würde ich auf jeden Fall dann als erstes versuchen, auf 18 hochzubringen. Und dann kommen die anderen Sachen dran. Aber, ähm... Ja, Dexterity hat er halt schon hoch und Hit-Points maximiert. Dann haben wir... Also, der hat auch ein Maximum-Constitution 12. Mehr kann der nicht haben. Also, als Startcharakter. Das ist also für ihn schon das Maximum. Und 11 Stärke ist für ihn auch das Maximum. Ja, jetzt ergibt das wieder so einen Sinn, dass ich den genommen habe. Und Dexterity war 17 das Maximum. Also, der ist schon... Ja, so gut, wie es fast geht. Dann haben wir die Bardin, Halb-Elfe. Die hat auch entsprechend wieder Hit-Points gemaxed. Und, ähm... Dann, ähm... Stärke 12 von 16. Dexterity 14 von 14. Ne, 14 von 16. Und Constitution wieder gemaxed. Und Luck gemaxed. Also, ist auch wieder ganz gut. Hit-Points 29. Dann haben wir hier die Schützin. Da sieht es wieder ähnlich aus. Hit-Points gemaxed. Constitution gemaxed. Und dann, ähm... Guckt, dass ich mit den anderen Sachen ganz gute Werte hatte. Und dann haben wir hier den Gnome Conjurer. Und da wird es nochmal eine Ecke komplizierter. Deshalb ist da auch nicht mehr alles gemaxed. Da habe ich geguckt, dass ich Intelligence und Constitution maximal habe. Und das sind es hierbei 17 und 10. Und hierbei verhältnismäßig hohe Werte. Hit-Points sind das Maximum 29. Und Spell-Points sind 24. Aber alle vier Sachen gleichzeitig zu haben. Also Intelligence, Constitution, Hit-Points und Spell-Points. Ähm... Da wäre ich dann wahrscheinlich in Tagen und Wochen noch dran. Deshalb habe ich das halt so gelassen. Und so sieht das ja hier bei dem Charakter dann genauso aus. Female Elf Magician. Da haben wir jetzt entsprechend Intelligence 16 von 16. Bei Intelligence sieht es halt genauso aus wie bei, ähm... Constitution. Also, dass man per Stufenaufstieg mehr bekommt. Und, ähm... Ich bin auch sehr... Äh... Sehr sicher eigentlich. Da steht zwar hier nicht. Aber dass das nicht retroaktiv ist. Da müsste ich eigentlich mal gucken. Ähm... Retroaktiv Konstitution. Ähm... Ja. Weil, ja. Also, wahrscheinlich muss man am Anfang das möglichst schnell halt maximieren, damit das dann, ähm... Ähm... Na, hier steht sogar, dass das retroaktiv ist. Wo kann man sagen, dass das jetzt hier falsch erwischt ist? Ähm... Bart's Tale Retroactive. Da werde ich gleich nochmal nachgucken. Ähm... Auf jeden Fall, ja. Intelligence 16. Constitution 13. Und dann die Hitpoints 26. Und Spellpoints 20. Also... 26 von 29. Und 20 von 24. Damit sind wir also auch ganz gut dabei. So, dann mache ich jetzt nochmal einen kurzen Schnitt. Und gucke mal nach, ob das retroaktiv ist. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Und ja, die scheinen nicht retroaktiv zu sein. Also, da habe ich jetzt widersprüchlich was gefunden. Aber ich glaube eher dem, dass es nicht retroaktiv ist. So. Dann müssen wir hier mal gucken. Wir haben keinen Kompass. Wir haben aber jetzt, glaube ich, hier irgendwelche Zauber. Ähm... Streetlight Spell. Causes all metal near the party to glow with magical light, illuminating the surrounding area. Ähm... Scry Sight. The walls themselves will speak in a direction of the spell, revealing to the spellcaster his location in the labyrinth. The spell works even in areas resisting to magic. Ja. Armor. The spell will make the area around the spellcaster bind itself to a worldless suit of armor. Quick fix. Regenerates. Ja. Und... Warpel planting. The spell causes the wet more hands of a party member to be covered with magical field, which causes them to do an additional 2 bis 8 points of damage. Und was das tun? Mage flame. A small mobile torch will appear and float above the caster as they travel. Trap zap. The spell will disarm any trap with 30 feet in the direction the party is facing. It will also disarm traps on chests. Arc fire. A fan of blue flames will shoot from the caster's fingers, doing 1 to 4 points of damage to a select opponent times caster level. Saucerat shield. The mage is protected by an invisible shield of magic that turns aside many blows that would otherwise hit them. Mhm. Ja, was das hier bedeutet... Achso, das ist meine Mini-Map, wie es aussieht. Wenn ich jetzt... Das hier caster... You face north. Das hier scheint jetzt ein Shop zu sein. Welcome to Garth's Equipment Shop, oh wealthy Traveller. Switch of you is interested in fine wares. Das ist mein Krieger. Buy an Item. Shotsword, Broadsword, Spear. Halbert. Warrior, Paladin, Hunter, Monk. Damage Min. Und da kann man eigentlich sehr gut sehen, was das mit Abstand das Beste ist. Bis 16. Ja, ich denke, ne Waffe sollten wir dem schon kaufen. Und dasselbe gilt ja dann eigentlich auch für einen Paladin. Wieso sollten wir dem dann eine schlechtere Waffe kaufen? Buy an Item. Da wird jetzt angezeigt, dass wir das verwenden können. Ja, wird auch nicht. Glass is Bart. Ja, der kauft dann auch so eins. Die haben halt dann kein Schild, weil es überhaupt ein Schild gibt in dem Spiel. Ah doch, da Offhand Items. So, machen wir erstmal alles auf Schaden. And Equipped. So, dann haben wir die dritte Position. Das ist auch noch Nahkampf. Da müsste ich aber gerade mal gucken. Exit to Town. Wir können die auch genau drag'n und droppen. Wir können den Schurken im Nahkampf setzen oder wir können die oder wir könnten die im Nahkampf setzen. Hitpoints sind sowieso jetzt erst aber allen gleicht. Constitution ist die am besten. Ich bin mir nicht sicher, wie das ist mit, ähm, Bögen und so weiter. Ähm. Der hier hat im Übrigen die beste Armor. Also einer von denen wäre nur im Fernkampf. Und der hier hat, ist mit Abstand der Schwächste mit seinen zwölf Constitution dann. Na, der hält aber dafür die Armor Class. Äh, setzen wir die, den Barden nach hinten. Und dann gucken wir mal, ob wir bei denen noch Waffen kaufen können. Mh, das Inventar sieht natürlich jetzt auch nicht wahnsinnig schön aus. So, Rohak. Das ist der Schurke. Bein-Item. So, der kann keine War Eggs und kein... Ach, die War Eggs habe ich eben aber nicht gesehen. Das Ding ist ja noch schöner. Blood Reapon, Anarm, Combat, Classes, Warrior. Wieso ist denn die... Die so günstig im Vergleich? Oder hat er die jetzt erst dazu bekommen? Moment. Dann laden wir doch das Ganze mal. Äh, ja, Load. So. Bein-Item. Da, War Eggs. 6 bis 24. Was ist das? Slot Weapon, Equipped, Unarmed Combat. Ich verstehe nicht ganz, wo der Unterschied ist. Ist das eine zweihändige Waffe? Wieso steht bei dem einen der Vergleich drin, beim anderen nicht? Es würde bei einer zweihändigen Waffe Sinn machen irgendwo. Ich weiß auch nicht, was die 1 bedeutet, die dahinter steht. Range 30. Das wird doch keine Fernkampfwaffe. Das macht keinen Sinn. War Eggs. Barstail Trin. Ah, ja. Display ist der... Ähm... Süß. Nja, die haben einen Range Damage und einen Melee Damage. Das heißt, die kann man anscheinend werfen. Und das untere, das höhere scheint der Melee Damage zu sein. Ähm... Ja, ist eine Throne Weapon. Also das... Dann will ich die nicht haben. Nochmal laden. Äh... nach oben. Also nochmal. Bein-Item. Dann kaufen wir hier die Halbert. Dann do. Bein-Item. Halbert. Bein-Item. Äh. Rohack. Das ist jetzt der Schurke. Ich weiß nicht, wo der Vorteil ist, einen Dagger zu kaufen oder irgendwas anderes. Der könnte auf jeden Fall einen Longboard theoretisch verwenden. Der kauft aber erst mal dann einen Shortsort. So, setzen wir die nach vorne. Dann haben wir den Ranger. Der kann auch alles Mögliche nehmen. Dann kriegt der auch eine Halbert. Dann haben wir den Baden Instruments. Das hat ihn nicht. Inventory is empty. Braucht die denn sowas? Gibt's ja nicht. Oh. The sun's cream of battle brings your party to a halt. You face three skeletons. Fight bravely. Aha. Attack. Party attack. Nein. Attack foes. Attack foes. Attack foes. Attack foes. Bart song. This is an ancient elven melody which will heal the bards wounds during traveling and heal the party's wounds during combat. This tune increases the damage your party will do in combat by driving them into Berserker rage. Oh. Cast a spell. Arc fire. Fan of blue fl- Wir haben drei Skeletons. A fan of blue flames will shoot from the caster's fingers doing one to four points of damage to a skeleton- select opponent times caster level. The mage is protected by an invisible shield. Dann wir machen das. Three Skeletons. Cast a spell. Air armor. Quick fix. Vorpal plating. Äh... Dann machen wir das auf den... Awkward attacks from Skeletons. Ja, 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 ja. Aha. Zwei umgehauen. Das geht schon ein bisschen sehr schnell. Irgendwo konnte man ja anscheinend das langsamer und schneller machen. Wie das angezeigt wird. Habe ich aber jetzt keine Ahnung, wo das war. Settings. Ah, ja. Speed. Sitz nochmal runter. Slash the skeleton hits for two points of damage, killing it. Cast warpal plating on Ogwa. Cast arcfire the skeleton and fries it for two points of damage. There's no instrument equipped. Space to... Ja. Fight bravely. Attack. Attack, 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 attack. Ja. Defend. 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 Jawohl. Ja, tot. Das war vielleicht ein bisschen sehr langsam. Each character receives 47 experience points for Veyland battle knowledge. The party receives 200 pieces of gold. The party finds ropes. So. Save. Ähm. Eins. Save. Ähm. Wobei. Oh man, das. Das geht nämlich gegen mein Schema. Ähm. So. Gibt's auch ein Quicksave? Ja, I've been quicksaved. Okay. Wir müssen also ein Instrument kaufen, haben wir gemerkt. Dann werden wir das mal machen. Und das war sie dann buy an item. Mandolin. Keine Ahnung, ob da irgendein Unterschied ist. Ne, die hat eine Harfe. Also kauft man der eine Harfe. So. Dann buy an item. Ne, die nicht. Dann brauchen wir die hier. Buy an item. Ach, ich weiß auch nicht, ob die jetzt neben der Harfe noch einen Bogen nehmen können. Ne, ist egal. Machen wir erst mal die anderen Charaktere. Staff. Okay, der Magier kann von hinten quasi gar nichts machen. Ich nehme mal an, dass das dann auch ziemlich unsinnig ist, hier das überhaupt zu holen. Dann gehen wir mal gerade hier hin. die hat die Party Inventory. Ropes. Ropes können die anziehen. RIP. Mhm. Die hat jetzt die Harfe. Dann Zorilla Bein item. Die kriegt jetzt auch noch ein Longbow und die Arrows. Okay, ist automatisch ausgerüstet. Ja, wahrscheinlich macht es Sinn, direkt das ganze Geld auszugeben. Wir können jetzt auch mit ihr ja einmal quick fix auf Ogwa. Mhm. So, dann kaufen wir hiermit Bein item. Gucken wir mal, dass wir hier ein bisschen Rüstung bekommen. Da kann man aber direkt alles mögliche für ausgeben. Scale armor plate armor. Wir könnten auch erst mal mit einem Helm anfangen. Armor 1. Den brauchen wir aber auch. Gauntlets. Leather Gloves. Tower Shield. Weiß ich nicht, ob der das jetzt noch anziehen kann. Armor 2. Kaufen wir mal. Anscheinend kann er das anziehen. Okay, also Halbert und Tower Shield geht gleichzeitig. Damit ist er auf AC8 runter. Bein item. Dann machen wir hier auch Tower Shield. Mhm. Rohack. Der kann kein Tower Shield nehmen, der kann aber noch einen Buckler nehmen. Elis kann auch einen Tower Shield nehmen. Und die können wahrscheinlich nichts nehmen. ne. Okay. Dann haben wir noch 100. So, Rohack, der Schurke. Der kann nur die Armor nehmen. für die Leather Armor. Dann kaufen wir die hier. So. Mhm. Dann speichern wir nochmal. Und ähm. Ja. Save. Ich weiß auch noch nicht, ob ich das hier direkt online stellen werde. Wahrscheinlich nicht. Äh. A wandering creature offers to join your party. You can allow to join. Fight it. Leave in peace. Conjurer. Leave in peace. Ähm. Ich werde hier auf jeden Fall erst ein paar Folgen aufnehmen. Gucken, ob das überhaupt Sinn macht, das online zu stellen, bevor ich das dann tue. Weil ich dann auch nicht was online haben hier wird ja vermutlich dann eine ganze weile dauern. Ähm. Trumpet Street. Ah, okay. A wandering creature offers to join your party. You can allow to join. Fight it. Leave in peace. Nomad. Leave in peace. Das hier ist jetzt ein Ah, das ist Review Board. Da Advancement. The guild leader is prepared to weigh thy merits who shall be reviewed. Ogwa. The guild leader is deemed that Ogwa still needs 953 Erfahrung. Spell acquiring. Glissa, you cannot learn any new spells yet. Class change. At least three spell levels in your present art. Okay. Und was haben wir hier? Hell Travelers, step to the bar and I'll draw your tankard. How will step up to the bar? Ogwa. Good day to you Ogwa. What can I do for you today? You can talk to the bar keep talk ain't cheap the bar keep says. How much will you tip him? Fünf A taste of wine might turn to a ready adventure. The bar keep chuckles. Ja okay und da weiß ich aber dass man irgendwas kaufen sollte. Ich weiß aber gar nicht was das war. Ginger Al? Matt? Um bei denen in den Keller zu gehen oder so und einen Auftrag zu bekommen. Matt. Not bad. You start hiccuping. Ah ne hier buy a wineskin. I can give you wineskin full of our best spirits it's five gold per serve and the wineskin can hold up to ten serves How many do you want 1 can okay anscheinend nicht leave the bar exit spirits keine ahnung vielleicht war das auch eine andere Kneipe oder vielleicht musste man was anderes kaufen ich weiß es nicht mehr ich meine das aber mal gesehen zu haben das ist ein Tempel this is the temple of the mad god why is the what is thy business unbeliever speak to the priest only those who know the name of the mad one are welcome what will you say ich glaube das war das mit Burger Betty eine Programmiererin beziehungsweise damals war es noch ein R Burger bless for me who has uttered the most unspeakable words prepare to die 99 ancient enemies 99 jabberwocks 99 masters and 99 99 gimps fight bravely ja attack 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 ja da geht's nicht party attack ach so party ne what song cast a spell wir sind sowieso tot und cast a spell ja amor ja 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 begins and warns okay das hier muss ich auf jeden Fall schneller machen das war vielleicht doch ein bisschen extrem an ancient enemy reaches bang tot 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 93 schaden 94 schaden 100 schaden 70 schaden 103 schaden alle tot ja ja die haben keine taste für quickload f6 na war sehr seltsam okay das ist auch wieder mad god was ist das ouch blockt das schöne ist ja dass ich mich jetzt hier dran eigentlich schon erinnern kann an ähm guardstail 4 weil das genau so aufgebaut ist da kam man von hier dann war da hinten ging es rechts zu den Skeletten weiter und da hinten musste man durchlaufen das ist auf jeden Fall sehr schön gemacht wenn man das einmal weiß und hier war so ein Händler was denn das welcome my friends to Roscoe's energy emporium come visit me when you have mages that require spell points restored I can also provide insights about your magical items you're in serpents den skin street ist natürlich auch toll dass man überhaupt keine ahnung hat was man am anfang machen soll aber die Stadt erkunden mercenaries fight bravely attack 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 so bard song this is an ancient animal which will heal the bard's wounds during traveling and heal the party's wounds yeah this tune increases the damage of your party we're doing combat by driving them into berserker rage this song sets up a partial anti-magic field this song will produce light when exploring makes members of your party more dexterous and agile and thus more difficult to hit will soothe your savage foes making them less damage in combat wir machen einfach alles heilung und dann cast spell aced fire arg fire fire on mercenaries und cast spell ähm verbal planting aqua jawohl swing set mercenary hits for four okay ist immer noch zu schnell ähm ja mercenaries slash der joint six points settings so bis zu mhm wir haben noch einen mercenary wir haben einen bard song active was ist denn party attack achso das waren die eigenen angreifen okay defend 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 passt schon mhm mhm und 276 pieces of gold achso während es zwar stat limits gibt gibt es glaube ich kein limit an ähm an charakter level die kann man immer weiter aufsteigen und entsprechend auch dann unendlich viele äh hit points ansammeln oder naja also unendlich nicht es gibt bis was ist ich zu ne weiß ich gar nicht ähm aber halt ziemlich viel weil das auch nicht exponentiell steigt die erfahrungen die man sammelt sondern es wird dann immer 100.000 mehr und man sieht ja die encounters sind zufällig sind also auch unendlich da you stand before the iron gate beyond which stands kalarian's tower to the east ja da können wir aber nicht hin und da wären wir wieder zu the north ja dann gehen wir mal nach unten aber gibt es nicht irgendwas wo man eine karte bekommt muss ich nach dem teil mal gucken also eine richtige karte das hier ist ja doch sehr begrenzt welcome to the temple of guild of thieves no charge to guild members for our services who need sealing ah dargrim dargrim wounds which need tending thou must make an offering no it's too much exit the temple halt ja eh von alleine oh the denizens of this mystic place assault you without warning you see one samurai fight bravely attack 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 um bar barzang um damage the party will do in combat ja casts fire samurai cast um warpelplating warpelplating ogbarn sarilla has lost her voice 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 aha ich glaube die muss jetzt erstmal wo das das hier nirgendwo steht ich glaube die muss jetzt das hier erstmal wieder trinken ready to sing ja aber das steht nirgendwo ob die singen können oder nicht fix safe hier ist ein hier ist ein Scarlet Bard Tavern Okay Party Finds a Leather Armor Ah, man kann also jedes einzelne Gebäude erkunden und dann wird das hier ausgegraut Na, dann machen wir das doch Wir haben also jetzt Lederrüstung gefunden Inventory Equip Gut, dann mache ich hier aber auch erstmal einen Schnitt und dann werden wir beim nächsten Mal weitersehen und dann vielleicht auch mal das erste Level aufsteigen und ich werde mal gucken, ob man hier irgendwann sich die Karte anblenden kann, das kann sonst ich dazu irgendwas finden muss, dann Zauber lernen muss oder was auch immer, also denn bis zum nächsten Mal und ein kleiner Nachtrag aus der fernen Zukunft und zwar habe ich insgesamt jetzt schon sieben Teile aufgenommen und ich war mir nicht wirklich sicher, ob ich das Spiel noch weiter treiben will oder ob es mir einfach zu blöd wird denn, und das werdet ihr in den darauf folgenden Teilen sehen ähm, es bietet leider herzlich wenig ähm, weder eine interessante Welt noch eine interessante Story der Kampf ist extrem langweilig und das Charaktersteigen ist extremst nervig und in einigen Teilen werdet ihr auch sehen, dass ich euch dann auf eine Reise von 10-15 Minuten Charaktersteigen Safe Scumming mitnehme, bevor ich dann den Rest Offscreen mache und ich habe dann immer mal wieder gesagt ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch weiter spiele bis zum Ende und so weiter und äh, jetzt nach sieben Teilen habe ich die Entscheidung gefällt ich werde das jetzt weiter durchspielen allerdings voraussichtlich dann nur den allerersten Teil der Trilogie der wohl auch ähm äh, der kürzeste ist mit etwa ähm 20 Stunden und dann denke ich auch, dass ich dazu ein Review machen werde kann ich an der Stelle noch nicht ganz klar sagen aber ich denke eigentlich habe ich jetzt schon so ziemlich alles gesehen was man vom Spiel sehen muss einen guten Eindruck und äh ja ich bin äh nicht so super begeistert ähm aber das möchte ich zumindest so weit abgeschlossen haben also den ersten Teil habe ich mir vorgenommen zu durchzuspielen und damit äh werde ich jetzt auch dann die Teile mal auf YouTube setzen weil ansonsten hätte ich halt wieder gewartet bis ich da mir sicher bin dass ich ähm dass ich das auch quasi bis zum Ende mache damit ich kein ähm offenes Let's Play da gemacht hatte und in dem Zuge habe ich mir auch die Gedanken gemacht was ich mit dem Pillars of Eternity Kram mache aber ja ich werde den ersten Teil abschließen damit wisst ihr was auf euch zukommt oder was ihr erwarten könnt erwartet also nicht hier vom zweiten oder dritten Teil was zu sehen und äh damit ja denke ich sind hier Erwartungen gesetzt erwartet nicht zu viel falls ihr euch das tatsächlich überhaupt antun wollt und äh ja damit ciao und bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal